Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns das Thema mit der Bitcoin-Kursmanipulation an und hierbei geht es vor allem um das Alltime High aus dem Jahr 2017. Hier wird tatsächlich einem Wahl vorgeworfen, dass er dieses Allzeithoch quasi alleine ausgelöst haben soll. Außerdem gucken wir uns noch die Aussage an, dass es eine Korrelation zwischen dem Bitcoin und Ethereum von knapp 90% seit zwei Jahren gibt. Und zu guter Letzt blicken wir noch auf das Thema mit Jörg Mold, der ja nun von verschiedenen Personen und Persönlichkeiten bloßgestellt wurde und als Scammer entlarvt wurde. Wir gucken uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um das Thema mit der Manipulation des Marktes, des Bitcoins. Wir haben alle mitbekommen, dass wir schon häufiger das Thema ja nicht nur diskutiert haben, sondern natürlich auch häufiger hierüber lesen konnten, denn es gibt natürlich häufig die Vorwürfe, dass es hier Wahle geben soll, die also den Markt zu ihrem Gunsten manipulieren. Was ja irgendwo, nein, nicht logisch ist, aber was auf jeden Fall nicht unrealistisch ist. Und was wir nun gemerkt haben ist, beziehungsweise was nun an die Öffentlichkeit getragen wurde, ist, dass John Griffin von der University of Texas und Armin Schams von der State University of Ohio 2018 ein wirtschaftliches Paper herausgebracht haben, wo sie quasi BitPhoenix so ein bisschen an die Wand gestellt haben und ihnen unterstellt haben, dass sie den Bitcoin-Kurs manipuliert haben. Das ist ja auch das Thema, was wir 2017 mitbekommen haben und das, was wir nun, beziehungsweise 2018 dann, und das, was nun quasi immer weiter in den Vordergrund rückt, ist, dass es wahrscheinlich ein einziger Wahl war. Was hier in der Studie gesagt wurde als allererstes, ist folgendes. Indem wir Algorithmen benutzten, um Blockchain-Daten zu analysieren, haben wir herausgefunden, dass Tether-Käufe mit Rückgängen an den Märkten zusammenfielen und in Anstiegen beim Bitcoin-Kurs resultierten. Das heißt also, dass wir natürlich hier eine entsprechende Nutzung natürlich auch des Tethers haben. Das heißt, es gibt Tether-Käufe bei einem Rückgang und bei einem Anstieg haben wir entsprechend weitere Käufe, beziehungsweise bei einem Rückgang, ja, letztendlich sind das entsprechende Entscheidungen, die hier getroffen wurden, jeweils zum richtigen Zeitpunkt, weil man hier ganz klar den großen Vorteil hat, dass man zwischen dem Tether, dem US-Dollar und der Kryptowährung relativ schnell hin und her switchen kann. Die Idee ist ja quasi, dass ein Tether als Stablecoin quasi ein US-Dollar abbildet. Und das bedeutet also auch in dem Moment, wo quasi ein Tether nachgedruckt wird, dass dann quasi auch ein Dollar irgendwo gelagert wird als Sicherheit. Das ist so die Idee und das, was aber sehr, sehr einfach zu machen ist, ist, dass es eben diesen schnellen Wechsel zwischen dem US-Dollar und dem Bitcoin gibt. Und damit kann man also mit Sell- und Buy-Orders den Markt einfach fluten. Und das bedeutet natürlich für die meisten, dass wir hier entweder ein Kaufinteresse oder ein Verkaufsinteresse quasi signalisieren. Und das macht natürlich schon relativ viele Probleme, gerade wenn dann ein Markt einfach künstlich aufgeblasen wird und wenn dann halt weniger die Möglichkeit haben, diesen so zu manipulieren, dass sie dann quasi sehr, sehr teuer verkaufen können. Und wenn der Preis dann einfach wieder dippt, dann wieder anfangen können, günstig einzukaufen. Und hier wurde dann auch die folgende Aussage zu dem Thema Manipulation getroffen. Die Muster deuten darauf hin, dass es nicht um Investoren-Nachfrage, sondern um ungedecktes digitales Geld geht, das die Kryptokurse aufpumpt. Also hier geht es dann quasi darum, dass Tether Limited angefangen hat oder grundsätzlich extrem einfach in Sekundenschnelle Geld drucken kann. Das haben wir ja schon häufiger mitbekommen, dass einfach innerhalb kürzester Zeit noch mehr Tether tatsächlich gedruckt wurde. Wenn das passiert ist, ist der Markt in der Regel auch nach oben gegangen. Und das bedeutet, dass also erstens die ganzen Reserven nicht gedeckt sind, also quasi ein Tether gleich einen US-Dollar, aber dieser einen US-Dollar wurde überhaupt nicht hinterlegt, obwohl eben dieser eine Tether gedruckt wurde. Und das ist natürlich das größte Problem dabei. Und das ist in der Vergangenheit schon durch andere Plattformen auch aufgedeckt worden. Das heißt also, auch Bloomberg hat dazu ein Update rausgebracht zu dem ganzen Paper und wirft hier eben auch vor, dass es quasi zu dieser Manipulation kam. Und das, was eben in dem Muster dann auch mit reinkommt, ist, dass es wahrscheinlich nur eine einzige Person oder ein großer Wahl war, ob es jetzt ein Verbund war aus mehreren Personen, die dann quasi über ein Konto navigiert haben oder eben nicht. Das ist nun nicht sicher. Dazu wurde Folgendes gesagt. Dieses Muster ist nur in Perioden nach dem Druck von Tether vorhanden, angetrieben von einem einzigen großen Kontoinhaber und unter dem Radar von anderen Börsen. Simulationen zeigen, dass diese Muster höchstwahrscheinlich nicht zufällig sind. Dieser eine große Akteur oder dieses Unternehmen wies entweder ein hellseherisches Markt-Timing auf oder übte einen extrem großen Einfluss auf den Bitcoin-Kurs aus, der bei den Gesamtströmen anderer kleiner Händler nicht zu beobachten ist. Also letztendlich haben wir natürlich hier ganz klar die Schlüsselrichtung BitPhoenix, die aber sofort das Ganze dementiert haben, genauso wie Tether Limited, obwohl die Unternehmen ja schon in der Vergangenheit wohl einige Kundengelder usw. veruntreut haben sollen, also jetzt nicht unbedingt eine weiße Weste haben. Und deswegen kann man wohl zum jetzigen Zeitpunkt, solange es natürlich noch keinen Gegenbeweis usw. gibt, schon grundsätzlich davon ausgehen, dass das All-Time-High definitiv nicht mit sauberen Dingen tatsächlich es geschafft hat, dieses All-Time-High zu werden. Und jetzt müssen wir einfach mal in Zukunft gucken, was wir noch an weitere Informationen usw. bekommen. Wir wissen auf jeden Fall aber auch, dass der Bitcoin sich in der letzten Zeit natürlich wiederholt hat und dass wir doch ein relativ bullisches Momentum gerade sehen und das auch unabhängig von diesen ganzen Geschichten. Wir gucken uns das zweite Thema an und hierbei geht es um die Korrelation zwischen dem Bitcoin und Ethereum. Was wir alle mitbekommen haben, ist, dass seit Dezember 2017 der Markt natürlich extrem eingebrochen ist. In der Regel waren es ja schon so 80%, die einige Kryptowährungen verloren haben, teilweise auch ein bisschen mehr. Und das, was passiert ist seit Anfang 2017, ist, dass quasi der Bitcoin, Ethereum usw. eine eigene Brandbreite hatten, was also bedeutet, dass sie komplett unterschiedlich sich bewegt haben. Und das Ganze hat sich dann noch mal gewaltig verändert, nachdem wir dann diesen entsprechenden Kurssturz gesehen haben, als es also nach unten ging. Dort haben alle Kryptowährungen angefangen, sich quasi parallel zu verhalten und dann tatsächlich auch entsprechend Marktverlust hinlegen mussten. Da ist quasi alles gemeinsam gefallen. Und das, was wir dann aber auch wieder sehen, ist, dass wir danach, und das war dann quasi 2019, gemeinsam auch wieder einen Aufstieg gesehen haben. Das heißt also, nicht nur der Bitcoin hat die 14.000 Dollar erreicht, nein, Ethereum hat dann in dem Zeitraum eben auch die 366 Dollar als All-Time-High, beziehungsweise Jahreshoch, muss man das ja nennen, tatsächlich erreicht, was also ganz klar bedeutet, dass wir hier auch wieder eine entsprechende Korrelation haben und dass sich also die Märkte wieder sehr nah beieinander befinden, bedeutet also auch, wenn der Bitcoin nach oben geht, dann geht Ethereum nach oben und andersrum eben genauso, beziehungsweise wenn eben der Markt eben fällt, dann fallen die Kryptowährungen eben auch gemeinsam. Und das ist natürlich etwas, was uns sicherlich hilft, um ja verschiedene Daten besser zu interpretieren. und die Frage, die sich natürlich jetzt für die meisten immer noch stellt, sind wir nun in einem Bärenmarkt oder in einem Bullenmarkt, da gibt es eigentlich auch keine wirklichen Aussagen zu, denn wir bewegen uns aktuell eher seitwärts und es gibt, klar, heute auch mal wieder knapp 1,3% plus, aber, ja, es sind natürlich nicht diese großen Sprünge, um wirklich zu definieren, dass wir jetzt tatsächlich wieder in einem Bullenmarkt uns befinden, aber es gibt eben auch nicht diese starken Dips, die uns tatsächlich in einen Bärenmarkt katapultieren würden und jetzt müssen wir einfach mal gucken, was als nächstes passiert. Wir sehen eben auch, dass die Social Media Präsenz und auch die Suchmaschinenrelevanz von Bitcoin und so weiter nach unten gegangen sind, aber wir sehen auf der anderen Seite eben aber auch, dass die Fundamentaldaten immer stärker werden, die Hashrate geht nach oben, der Schwierigkeitsgrad geht nach oben, wir haben das Thema Halving Mitte 2020, wo wir also viele verschiedene Faktoren sehen, die hier entsprechenden Einfluss auf den Markt nehmen können und da freue ich mich persönlich immer noch riesig drauf. Wir gucken uns nun das letzte Thema an und hierbei geht es um den, ja, um die Person Jörg Mold. Ich habe von euch in der Vergangenheit schon mal das eine oder andere Kommentar zu dieser Person gelesen, habe mich dann auch nicht wirklich mit dieser Person auseinandergesetzt, aber nun gibt es tatsächlich hier die Anschuldigungen, dass es ein Scammer sei und zwar, ja, ist diese Person tatsächlich eine dieser Personen, die sich selber als Co-Founder von Bitcoin hier ja quasi selber genannt hat und eben auch angefangen hat, die sogenannte Satoshi School zu initiieren. Das ist wohl die einzig wahre Adresse, um etwas über den Bitcoin und die Blockchain zu lernen und nun gab es tatsächlich in Las Vegas auf der CryptoCon oder World CryptoCon, ja, die Person Kenneth Bosak, der sich also zu dem ganzen Thema hier geäußert hat und ihn hier tatsächlich auch als Scammer betitelt hat. Und das Ganze ist dann noch so ein bisschen weiter ins Rollen gekommen, nachdem es dieses Video gab. Es ging natürlich absolut viral und dann hat sich diese Person, Jörg Molte in dem Fall, mit, ja, dementsprechend Anto Nopoulos, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, auf jeden Fall hat er sich mit dieser Person hier auch getroffen, der ja schon viele Bücher geschrieben hat, der hier viele Studenten auch unterrichtet hat, in Bezug auf Bitcoin, Blockchain und so weiter. Und dieser hat dann tatsächlich auch ein Bild mit ihm hochgeladen und das, was er aber nicht wusste, ist, dass Jörg Molte dann quasi angefangen hat zu behaupten, dass er tatsächlich mit ihm befreundet sei und dass sie, ja, gute Freunde seien und so weiter. Und das hat, ja, Andreas hier in dem Fall nochmal klargestellt, meinte, nein, also das ist definitiv nicht so, ich kenne ihn überhaupt nicht, er wollte ein Bild mit mir und das mache ich natürlich sehr gerne und er hat auch keine Tausende an Bitcoins und er ist auch keiner der Gründer von dem Bitcoin, das ist definitiv seine Aussage und er meinte dann eben auch, dass er sehr, sehr viele Studenten natürlich habe und häufig gefragt wird, ob er nicht ein Foto machen möchte, da sagt er niemals nein und das wird er auch zukünftig nicht tun, aber dass man sich versucht, mit ihm hier quasi oder an ihm zu bereichern, das möchte er definitiv nicht und deswegen hat er das definitiv hier klargestellt und dann guckt man natürlich relativ schnell mal auf den Twitter-Account von Jörg Molte und merkt, okay, der Twitter-Account ist gelöscht und er hat in der Vergangenheit Bitclub oder den Bitclub hier quasi beworben, die ja auch nicht unbedingt, ja, nicht fragwürdig waren, muss man ganz klar sagen, er hat eine Bitcoin-Pension hier aufgesetzt und ja, man sieht dann eben auch in einem Interview mit oder durch die Aussagen von seiner Ex-Frau, dass er definitiv hier gescammt hat, denn er würde wohl sechs Personen hier Geld schulden, er würde wohl keinen Unterhalt für seine zwei Kinder bezahlen und zu dem Zeitpunkt, als das White Paper released wurde, hat er noch nicht mal einen eigenen Computer gehabt, also ja, letztendlich sind es so Sachen, ja, die sind ziemlich eindeutig, wie ich finde, letztendlich muss man hier definitiv aufpassen, wenn solche Leute sich hier als Gründer des Bitcoins und so weiter bezeichnen und eben sich wichtiger machen, als sie sind, dass man da nicht abgezockt wird und so weiter, deswegen ja immer doppelt auf diese Sachen achten und zweimal überlegen, ob man da irgendwo Geld investiert oder eben nicht und dann doch lieber, ja, die eigenen Entscheidungen treffen, weil man wirklich davon überzeugt ist und nicht, weil man sich eben überredet lassen hat, ja, in entsprechende Dinge zu investieren. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen, falls es so war, würde ich mich riesig immer noch einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen, ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.